Marsch! Heute zu Gast haben wir Applejack! Ähm... Servus? Und auch Rarity, wenn die Muschi nicht abgeschwungen wäre! Egal, ruft sie an und sagt ihr, sie wäre eine Fotze! Heute machen wir was wirklich Ponytastisches mit diesen Äpfeln! Epic Pie Time hier im Sugarcube Corner! Wir bouncen uns heute mal ein paar Apfelkuchen rein! Granny Smith! Big Macintosh! So lecker, golden und rot! Applejack Daniels, Motherfucker! Was geht? Nächste Stufe, Äpfel zermanschen! Süß wie Zucker, scharf wie Pfeffer und lauter schöne Sachen! Aber bei uns kommt keine Chemikalien X rein, stattdessen haben wir den geilen Scheiß! Applejack, komm rein! Zeit für die Kruste! Erst der Teig, dann das Wasser und jetzt die Eier! Neben Apple Bloom sind Eier ihr zweitliebste Schlagerobjekt! Was hast du gesagt? Gar nichts! Mach ruhig weiter! Zeit ist, Zeug abzumischen! Und zwar mit dem geilen Beet! Let's spin this shit! Acht! Acht! Ja! Weiss! Und jetzt wird die Schlampe schön gebacken! Ügggggg, wie soll ich das ganze Zeug los bezahlen? Ihr mögt Zeichentrickfilme? Wir haben Zeichentrickfilme. www.huflix.com-cupcakes Ein gratis Film bei der Tour und für alles andere kriegen wir Cupcake-Geld. Also los ihr Wichser, versaut es mir bloß nicht! Ich brauche mal die Cupcake-Kohle! Fertig! Und jetzt wird's lecker! Heu Schinken-Speck! Heu Schinken-Speck! Heu Schinken-Speck! Heu Schinken-Speck! Und jetzt schäumen wir die Schlampe erstmal ordentlich ein! Okay, welche von euch Wichslöchern wagt es, diese Bestie zu bezwingen? Wer von euch verschissenen scheiß Arschlöchern hat mich gerade eine Fatsche genannt? Und beim nächsten Mal essen wir Skrillex! Servus Leute, ich bin's nun mal, der Edelcheck! Ich wollte euch bloß nochmal drüber erinnern, der Drum steht's schon! www.huflix.com-cupcakes Geht da drauf, lacht da, ich playt, dann basti wo! Also dann, Adele! Tschööööööööööö! Bis zum nächsten Mal.